Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Errini, Mediale Energetik und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Ja, ich sitze wieder in meinem Studio, weil draußen ist es mir einfach momentan zu kalt und deshalb gibt es mich heute wieder mal virtuell. Das heutige Thema, da geht es um die Zeit und wie die Zeit vergeht und wie Zeit wahrgenommen wird. Und ich weiß nicht, ich habe ganz viele Klienten und vielleicht geht es dir auch so, die sagen, naja, eigentlich verfliegt die Zeit nur, weil sie wissen nicht mehr, wo die Zeit hinkommt und es geht alles so schnell. Und das ist ja so ein Phänomen dieser Wassermannzeit, wo wirklich diese Zeitfrequenz erhöht sich in der Luftepoche und man hat halt subjektiv das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht. Und jetzt höre ich natürlich auch noch, ja, die Zeit vergeht und oft sind Leute unzufrieden, die zu mir kommen und sagen, na, sie schaffen oft Dinge nicht, die sie vielleicht gerne machen würden und sind dann unzufrieden. Wenn Leute unzufrieden mit ihrer Arbeit sind und die nimmt aber dann einen ganz großen Teil des Lebens in Anspruch und dann kommt man nicht mehr zu den Sachen, die vielleicht Freude machen würden, dann kommt man natürlich in eine Bredouille rein und die Unzufriedenheit steigt. Aber das ist keine Zeitfrage. Zeit ist sehr, sehr subjektiv und die Zeit kann man sich selber einteilen. Ich unterrichte das auch in meinen Kursen, dass man eben zu gewissen Verletzungen einfach auch Zeit und Raum erzeugen kann, dass die schneller ausheilen können quasi. Also, dass man nur in einer Blase quasi diese Zeit und Raum herstellt und das funktioniert recht gut in der Energetik und auch in der medialen Energetik, so wie ich da arbeite. Und wenn man wirklich zu wenig Zeit hat, muss man schauen, wo kann ich Zeit einsparen bzw. Zeit dazugewinnen. Und Zeit dazugewinnen kann man natürlich auch beim Schlafrhythmus. Und das ist ganz viel Training natürlich auch, dass man sagt, wie viel Schlaf brauche ich und wann bin ich erholt, weil es gibt natürlich auch Methoden, um kürzer, einfach ein bisschen besser einschlafen zu können und einfach konzentrierter zu schlafen und dann auch mehr weiterzubringen vom Alltag her. Ich mache das zum Beispiel auch so. Also, ich habe meine Rituale, ich stehe halt jeden Tag wirklich um 5 Uhr in der Früh auf und mache dann so verschiedene Dinge, je nachdem, welche Projekte ich habe. Das kann sein, dass ich was ein bisschen so Backoffice mache oder dass ich mir was für Videos zusammenschreibe, dass ich gewisse Klientengeschichten abwickele. Also, das ist da ganz individuell, was ich da dann mache. Aber wichtig ist einfach nur, dass man überhaupt mal da dazukommt und einfach mal schaut, was habe ich denn vor. Und für mich ist das meiste dann einfach Einteilung. Wenn ich sage, ich setze mich hin und schreibe was, dann mache ich das auch und lasse mich da auch nicht ablenken. Und Ablenkungen sind natürlich ein Riesenthema. Wenn ich gleich in der Früh mal schaue, was tut sich denn da so auf sozialen Medienkanälen, naja, dann fließt meine Energie, meine Aufmerksamkeit schon woanders hin. Und ich stehe eigentlich um 5 Uhr deshalb auf, weil da habe ich keine Anrufe, da habe ich keine Mails, da habe ich normalerweise alles abgearbeitet vom Tag und habe, ich sage jetzt mal so bis 8, halb 8, halb 8, 8, absolut meine Ruhe. Da gibt es nichts, was mich von außen ablenken kann und ich kann mich voll auf meine Themen konzentrieren. Und da bin ich dann natürlich auch dann ganz, ganz anders in meiner Produktivität, als wenn ich permanent irgendwie aufs Handy schaue. Und dieses Vakuum zu schaffen, dass man dann in einen gewissen Flow kommt, halte ich für ganz, ganz wichtig. Also die Aufmerksamkeit wirklich nur auf eines zu lenken. Und dann fällt man auch so ein bisschen in so eine Zeitschlaufe rein und kriegt, aus meiner Erfahrung, mehr hin, mehr weiter, als man das womöglich normalerweise täte. Das ist auch beim Sport so. Wenn man sich immer sagt, ich habe keine Zeit, um zu trainieren oder ich habe keine Zeit, um etwas zu machen, dann hat man diese Zeit nicht. Wenn man sich allerdings die Zeit nimmt, wird man merken, dass sich diese Intervalle absolut harmonisch in den Alltag eingliedern lassen und man trotzdem alles schafft und eben noch zusätzlich, womöglich trainiert oder andere Dinge ausübt. Also lass dir nie einreden, du hast keine Zeit. Zeit haben wir alle. Wir haben es nicht in der Hand, wie viel Zeit wir haben. Aber wenn du mit dem Mindset herumläufst, ich habe keine Zeit oder mir ist das jetzt zu stressig, dann überprüfe bitte wirklich mal in dir selber, was ist dir jetzt wichtig, was gehört wirklich erledigt und was stresst dich womöglich oder was macht dich jetzt unrund. Aber die Zeit an sich ist es nicht. Jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag zur Verfügung und jeder kann diese 24 Stunden mit Erlebnissen füllen, mit gewissen Dingen füllen, die ihm selber entsprechen am besten. Wenn du allerdings jetzt natürlich diese Zeit füllst mit Dingen, die nicht dir entsprechen, dann wird irgendwann einmal ein Leidensdruck, ein Stress kommen, wird das mehr werden. Und das ist dann auch völlig in Ordnung, weil das ist ja dann ein Hinweis darauf, dass etwas, was von deinem seelischen womöglich nicht so dazu passt, von deinem Energiefeld nicht so zu dir passt, dass dich das natürlich dann viel mehr aufreibt als andere Dinge. Und insofern finde ich es schon mal ganz gut, wenn man ab und zu nicht so ganz zufrieden ist. Aber noch einmal, um darauf zurückzukommen, keine Zeit zu haben, sollte ab sofort keine Ausrede mehr sein, sondern schaff dir Zeit. Find mal raus, bist du eher ein Abendtyp oder bist du ein Morgentyp? Machst du Dinge am Abend oder am Morgenlieben und schau, dass du es dir dann so einteilst, dass du deine produktiven Phasen dorthin richtest, wo du am meisten Energie hast. Bei mir ist die Energie einfach in der Früh am besten. Da habe ich einfach den meisten Drive und ich sage einfach so von 5 bis 10 Uhr, diese 5 Stunden kann ich eigentlich durcharbeiten und das läuft dann gut. Da gibt es noch nicht mich, meine Kaffeemaschine und was auch immer ich zu erledigen habe. Und wenn du dann merkst, okay, da hast du deine Höchstphase, da bist du am produktivsten, dann schau, vielleicht kannst du das auch einbauen für dich. Was sind denn deine Tipps, um deinen Tag zu optimieren, um zu maximieren, um mehr in deinen Tag reinzukommen? Was hast du für Angewohnheiten? Machst du eher was am Abend oder bist du eher ein Morgenmensch? Also wo läuft es bei dir am besten? Wie teilst du dir deinen Tag so ein? Ich bin gespannt, schreib es mir einfach in die Kommentare. Wenn dich interessiert, wie man wirklich energetisch effizient arbeiten kann, Ende Februar startet meine Ausbildung zum medialen Energetiker oder zur medialen Energetikerin. Und da lernst du diese ganzen Techniken bei mir vor Ort. Und ich freue mich natürlich, wenn du dabei bist. Ich wünsche dir jetzt mal alles Gute, eine gute Zeit und genug gute Zeit vor allem. Bis nächstes Mal. Alles Liebe aus Linz. Dein Oliver Erany. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020